Musik Somit bedanken wir uns bei der Jugend Junker Elkingen für die Nominierung bei der Cold Water Challenge. Auch wir freuen uns schon riesig auf unsere gemeinsame Zeit im Helden. Den Gefahren mit dem Grillfest erfüllen wir euch jedoch nicht auf diese Art. Und deshalb befreien wir uns von dieser Schuld mit einem Sprung in den eiskalten Stachbrunnen mitten im Zentrum von Dornbirn. Musik 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 So, jetzt dürfen aber wir noch Nominierungen aussprechen. Wir nominieren die Jugendmusik Langen-Tal, mit der wir im Jahr 2011 gemeinsam den Jugendbrauch bekommen haben. Die Jugendmusik Rangwein, die letzten Monat ein Super-Organzierfest organisiert hat, ihr habt ab heute eine Woche Zeit, euch bei einem Sprung ins kalte Wasser zu filmen. Natürlich dürfen auch wir uns eine Aufgabe ausdenken, solltet ihr diese Herausforderung nicht annehmen. Bei unserem Musiklager in der zweitletzten Ferienwoche wird immer mit vollstem Einsatz bei der Lager-Challenge mitgespielt. Natürlich auch geprobt. Doch wie besagt, ein kleines Sprichwort, ein Lehrer sagt, staubt nicht gern. Darum seid ihr dann für die Verpflegung die Kuchen zuständig. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018